Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du ein Bild in Microsoft PowerPoint unscharf machst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du es siehst, habe ich mir eine Online-Verlage und ein Bild in Microsoft PowerPoint reingeladen. Wie du das machst, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was ein Bild unscharf machen eigentlich bedeutet. Nutzt du viele Bilder als stilistische Elemente in deiner PowerPoint-Präsentation, so kannst du ebenfalls Bilder unscharf machen, um diese in den Hintergrund zu packen oder einfach einen Text darüber zu legen, welcher im Anschluss besser zu lesen ist. Hierzu bietet Microsoft PowerPoint die schnelle Funktion, dass du hier mit einem Schieberegler das Bild entweder komplett unscharf machen kannst oder auch nur etwas. Im Anschluss kannst du dieses unscharfe Bild dann für deine Zwecke verwenden und mit eventuellen weiteren Effekten ausstatten. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, lädst du im ersten Schritt dein Bild rein, welches du unscharf machen möchtest. Im nächsten Schritt markierst du das Bild mit deinem linken Maustasten-Klick und siehst nun hier oben die Bildformat-Tools. Klickst du nun hier darauf, so findest du auf der linken Seite den Menüpunkt Anpassen. Nun klickst du entweder auf Korrekturen, Farbe oder künstlerische Effekte einmal darauf und gehst hier unten in die Optionen. Es öffnet sich nun auf der rechten Seite die Grafikformatieren-Option. Und hier finden wir nun unter Bildkorrekturen die Schärfe. Hier haben wir nun diesen Schieberegler. Und einerseits können wir diesen, wenn wir das Ganze im Positiven, also eine positive Prozentzahl hier hinterlegen, das Bild schärfen, oder im Negativen, also den Schieberegler nach links packen, das Bild immer unschärfer werden lassen. Das heißt, du kannst es entweder via diesem Schieberegler hier tun oder hier reinklicken und deine eigene Prozentzahl eintragen und mit Enter bestätigen. Das Ganze dauert einen Augenblick und im Anschluss wurde dein Bild unscharf gemacht. Nun kannst du diese Option wieder schließen und dein Bild für deine Zwecke, wie vorhin erwähnt, verwenden. Möchtest du das Ganze wieder zurücksetzen, das heißt die Unschärfe wieder wegmachen, so kannst du entweder hier wieder reingehen und nun hier unter den Grafik Bildkorrekturen die Schärfe wieder auf Null setzen oder alle Effekte wegmachen, indem du hier oben auf die Bildformat-Tools gehst und hier das Bild zurücksetzt und auf Bild zurücksetzen klickst. Nun wurden alle Effekte entfernt. Zusammengefasst bietet dieser Effekt eine tolle Möglichkeit an, Bilder als stilistische Hintergründe zu verwenden, das heißt, indem man einen Text oder Formen oder sonstige Objekte davor packt und diese besser leserlich sind. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein PowerPoint-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft PowerPoint-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Microsoft PowerPoint. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und Merkzetteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Microsoft PowerPoint-Einsteigerkurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere euch diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.